Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom. Auf der Playstation 4 und herzlich willkommen zu einem neuen GTA 5 Online Video mit Facecam. Mich hat es mal wieder in die Weiten des Ozeans von Los Santos und Blaine County gebracht. Und aus diesem Grund habe ich heute mal ein richtig cooles und schönes Video von der wunderbaren Unterwasserwelt von Los Santos und Blaine County. Ich erzähle euch mal etwas über dieses Tier, was wir hier sehen. Das habe ich nämlich entdeckt. Ich war nämlich mit meinem Taucheranzug im Wasser und wir sehen hier einen sogenannten Orca. Der Orca lebt vor der Küste von Los Santos. Er liebt Korallen und befindet sich häufig auch dort, wo der Mount Chiliad die Klippen des... Ach, ihr wisst schon, was ich meine. Hä? Das rede ich schon wie so ein Forscher. Auf jeden Fall ist das ein Orca, auch Killerhai genannt, wobei das natürlich ein falscher Titel ist, wie ich finde. Das hier ist eine Unterwasserbrücke. Was ihr hier unten seht, das sind alles Korallen. Ich finde das so richtig schön gemacht von Rockstar Games. Das hat mir wirklich gefallen. Und ich bin auch mal an so eine wunderbare Koralle rangegangen und ihr seht, die ist schön lila. Ah, herrlich. Guckt euch das an. Ein Naturparadies. Hä? Auf jeden Fall! Ihr wisst ja, dass meine Facecam nicht synchron mit den Lippen ist. Und aus dem Grund habe ich mir aber was überlegt. Ne? Es gibt ja diese Gangster in den USA, die sich ihr Gesicht immer verschleiern mit irgendwelchen Tüchern. Und dann habe ich gedacht, hey, gut, dann verschleier ich mal mein Gesicht auch. Dann könnt ihr die Lippen nicht sehen von mir. Und dann wirkt das Bild auch ein bisschen besser. Weil meine Lippen... Ja, ihr könnt auf jeden Fall nicht sehen, wie meine Lippen Assykron sind oder so. Weil, ja, es gibt immer eine Verzögerung von meinen Lippen. Zum Beispiel, hallo. Und dann kommt erst diese Bewegung von meinen Lippen. Komische Scheiße. Auf jeden Fall, wie bekommt man den Taucheranzug? Äh, da gibt es ein Boot an dem Hafen von Los Santos. Da müsst ihr hin. Und wenn ihr dort seid, beim Hafen von Los Santos, ist dieses rote Boot da. Und dieses rote Boot, das steigt ihr auf jeden Fall ein. Und wenn ihr eingestiegen seid, dann springt ihr nur noch aus dem Wasser und ihr habt diesen Taucheranzug. Ich finde das eine richtig nice Sache, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Habt viele entdeckt. Fische, Orcas. Und es gibt natürlich in GTA auch Wale. Richtig große Wale. Riesengroß. 15, 20 Meter weit sind diese Viecher. Richtig schön, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ich tauche jetzt mal auf ein bisschen. Wir haben genug getaucht, genug gesehen. Tauch mal auf. So. Ne, tauch noch mal auf. Nochmal auftauchen. Jetzt würde ich mal sagen, wir haben lang genug getaucht. Wir wollen uns ja nicht ewig hier im Wasser aufhalten, sondern wir gehen jetzt einfach mal ein bisschen weiter an die Küste. Lebe ab. Lebe ab. Rückwärts, Digga. Rückwärts. Jetzt machen wir mal ein auf weißen Hai. Achtung. oļ, uchselä Hmm. Up, awora ist EX. Die hauen natürlich alle ab. Warum hauen die alle ab. Genau, weil die denken ich bin ein Hai oder so. Aber ich bin ja gar kein Hai. Hey, moin. Yo, was geht ab, Mann? Jetzt machen wir mal einen kleinen 360. Achtung. Hallo, guys. Bis zum nächsten Mal. Auf der Playstation 4. Das war's. Und bis dann. Show.